Um Ihnen Ihr erstes Auto zu kaufen. Autos gibt es beim Autohändler. Erwerben Sie doch erst mal einen Honda Fit RS von 2010. Alles klar, muss ich mir den jetzt kaufen. Also die anderen sind jetzt hier so ein bisschen unscharf wahrscheinlich, weil ich das nicht benutzen darf, soll. Sondern ich soll hier den Autohändler benutzen. So, die anderen sind hier wieder alle unscharf.